Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von FuckRide3. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer nächsten Mission, welche da dieses Ausrufezeichen beinhaltet. Normalerweise wird mir jetzt noch immer angezeigt, wie die Mission heißt, wenn ich sowas sage, aber irgendwie jetzt mal nicht so. Also, wir befinden uns gar nicht mehr so weit weg. Ne, Anführer der Rakyat. Da müssen wir hin. Das befindet sich hier. Am besten nicht sterben. Danke. Und dann gehen wir mal hier in die Kirche rein und gucken, was uns da erwartet. Gut, dich zu sehen, Jason. Grass-Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. So, platziere den Sprengstoff auf den Tankluster, welcher sich hier befindet. Platziert. Platziert. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab's zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Verstehen das nicht. Die vermissen dich einfach nur, Kollege Jason. Oh, oh, oh. Ja, schön. Ja, schön. Ne, ne, ne Z-93. Das sind Holz. Ich schütze die Rackert. Oh Gott. Ah stimmt. Ich hab ja beim... Einmal voll verkackt. Jetzt kann ich zeigen, dass ich doch snipen kann. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Dass ich da einfach nur einen schlechten Tag hatte. Zack. Bam. Fahrer rausgesniped. Easy. Zack. Aufweggesniped. Easy. Na komm. So, wo ist der letzte? Da ist noch einer. Das ist ein Collateral. Das war ein Collateral. Hallo. Danke. Das war auch ein Collett. Das war... Einfacher. Muss ich... Da. Bam. Ich steig in den LKW. Okay, sofort. Steig in den LKW, bevor der Komma zu weit weg ist. Machen wir das mal. Steig in den LKW, bevor der Komma zu weit weg ist. Welchen LKW denn? Hier ist kein LKW. Da hier ist der LKW. Alles klar. Dann machen wir das mal. Na komm, steck ein. Und fahr. Tschüss. Erreiche den Konvois in unsere Mission. Den werden wir erreichen. Da fahr ich jetzt nicht durch. Mein Auto ist eh schon angeschlagen. Höchstwahrscheinlich. Und hier ist er. Eliminiere die übrigen Söldner. Bam. 3-6 Dinoskop. Uuuu. Geil. Es hat doch geklappt. Oh nein. Wird ich vermischt. Oh shit. Okay. Der Schuss war cool. Das war's. Highlight aller ganzen Folge. Alles klar. Geil. Die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn. Ist. Wenn man exakt. Dieselbe Scheiße. Immer und immer wieder. Und erwartet. Dass sich was ändert. Das. Ist. Irre. Aber das erste Mal als ich das hörte. Echt. Ich dachte der verarscht mich. Boom. Abgeknallt. Das Ding ist. Okay. Er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie. Diese blöden Pisser. Überall sah ich. Wie sie exakt denselben Scheiß. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder mal. Dachten. Dieses Mal. Wird es anders laufen. Nein, 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 nein. Bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid. Aber mir gefällt nicht. Wie. Du mich anklotzt. Okay. Hast du im Beschiss nicht Probleme denn? Glaubst du, ich verarscht dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich. Okay. Fick dich. So gut, Mann. Chill, Hermann. Ich beruhige dich. Die Sache ist. Okay. Die Sache ist getötet. Hab ich dich. Schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay. Ist es wie Wasser unter der Brücke? Hab ich dir schon mal gesagt. Das Wahnsinn ist. Alles klar. Was ein Typ. Was ein kranker Typ. Okay. Leertaste ganz schnell drücken. Haben wir geschafft. Und hoch. Alles klar. So. So. Eine Shotgun. Eine Shotgun. Nein, hast du aber nicht. Du hast niemanden gesehen, wie der gehört. Erreiche den Heli. Müssen wir bestimmt lautlos machen. Werde ich aber mit einer Pumpe nicht schaffen. Da liegt einer. Du liegst auch. Oh mein Gott. Hast du eine Waffe dabei? Nehme ich. Die nehme ich auch. Ist dann nur ein Schuss. Aber lieber ein Schuss als kein Schuss. Okay. Alarm deaktiviert. Versuche ich mal da zur Brücke zu kommen. Unentdeckt. Und. So. Komm. Auf dem anderen Schuss nicht. Jetzt einfach. Und. Rein damit. Oh shit. Das hat ja super geklappt. Hallo? Was? Was? Ich habe dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist. Krass. Oh das kannst du nicht ändern, sagt die Katze. Wir sind alle toll hier. Ich bin toll. Du bist toll. Woher weißt du, dass ich toll bin? Fragt Alice. Was? Du musst es sein, sagt die Katze. Sonst wärst du nicht hergekommen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Was zur Hölle, wo ist es? Ich bin sicher. Wie ist das? Nur mit den Toten, dieztig! Dennis. Jason. Dennis. Wie ist das möglich? Mhm. Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Das war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag, Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Verlasse das Massengrab. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Ausrüstung zurückbeschaffen. Habe ich schon erwähnt, was das für ein kranker Typ ist? Wenn wir unser Zeug holen, können wir auch direkt den Funktur noch machen. Habe ich irgendwas? Habe ich nicht. Das heißt, das Einzige, was ich haben könnte, wäre unser Messer. Okay, so weit geht's leider nicht. Alles klar. Hier eine Waffe? Auch nicht. Bei dem dann wahrscheinlich auch nicht. Wo ist mein Zeug? Ja, komm, besser als nichts, ne? Dann kann man zwar nicht viel machen, aber man kann bestimmt so was, eins oder anderes im Brand stecken. Ja, so was ein oder anderes ging echt schnell in Brand. Auf. Ich glaube, es hätte auch nur einer gereicht. Naja, egal. So, hier ist Geld. Dann nehme ich. Hier irgendwo. Oh, noch mehr Geld. Schön. Da. Meine Sache. Erfolg, habe ich's dir gesagt. Hallo? Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Mars ist ein großer Krieger. Aber Hoy ist wie ein Demo. Viele Radiats haben seine Insel angegriffen. Niemand kommt zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst Mars, dann Hoy. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Das war ich nicht. Wir werden bald aufbrechen. Das freut mich. Wie hoch geht's denn hier noch? Wo muss ich hier wohl lang? Achso, da lang. So. Perfekt. Die Tüme werden auch wirklich immer schwieriger. Das ist echt cool gemacht. Dass nicht alle so pillefit sind, sondern auch mal ordentlich was in Anspruch nehmen. Und zack. Das ist unser. Funkturm aktiviert. Erfolg. Ein Fähigkeitspunkt. Insgesamt drei Fähigkeitspunkte. Was nehme denn mal. Was ist das hier? Revolverheld. Benötigte Forstwaffen vier. Achso. Nimm einen Gegner seine Pistole ab und tötet er mit weiteren nahestehenden Gegner. Benötigte Forstwaffen kills zehn. Beende mehr Missionen. Beende mehr Missionen. Dann mache ich das hier und das hier. Und was befindet sich hier noch schönes? Granaten-Takedown. Das hört sich nochmal nicht schlecht an. Drücke F und dann mittlere Maustaste für das erste Opfer und dann fünffach für gegen Gegner, der durch die Explosion umkommt. Krass. Und schwerer Niederschlag ist dann der nächste. Unser Tattoo. Es wird. Es wird. So. Die F1, auch bekannt als Farmers, ist nun gratis und die GL-94, der Granatwerfer auch. Das ist schön. Dann. Torweg ist unsere nächste Mission. Welche werden wir erst in der nächsten Folge starten werden. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr mehr Sinn wollt. Lasst ein Like und ein Abo da. Auf jeden Fall ein Like da lassen für diesen krassen 360-Noscope. Also das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.